Also Knochen verraten ganz viel über den Menschen, nicht nur über Krankheiten, sondern auch Bestattungssitten, kulturelle Aspekte, Moden, aber eben auch wirklich ganz viel über Krankheiten, was er in seinem Leben gegessen hat, was er gemacht hat, ob er aggressiv war oder ob er an einem Krieg teilgenommen hat, ob er sich stark körperlich belastet hat und ob er Infektionen gehabt hat. Also all die Dinge, die in einem Skelett vorhanden sind, also all die Veränderungen, kann man wie in einer Krankenakte lesen und die erzählen ganz viel über die Menschen.